Und da sind wir wieder. Wir sehen's. Legt heute sehr lange. Scheint schon voll das komische. Scheint eben komisch zu sein. Ein zu Serverproblem oder so. Hallo, Alter. Hallo. Also wir haben tickt, regt und trackt oder was? Anscheinend. Hallo. Super Besprechung. Nächstes Mal. Wer ist das? Oh, WTF? Das ist aber kein Würstchen. Das ist aber kein Würstchen. Okay, danke. Herzlich willkommen zurück, Leute. Tay Tay in turn. Tay Tay. Ich komm mal rein, ne? Ich hab eine Pfanne. Zu langsam. Ah, Mist. Ja, nimm du die kleine Plastikpistole, ich nehm das Gewehr. Ja, nimm doch. Wie sagst du zu viele Gewehre? Ich schieß eh wieder daneben. Dann müsste es aber noch ein drittes geben. Ein drittes. Ich nehm die Axt. Drei Gewehre. Wie OP ist das bitte? Hier oben ist ne Karte übrigens. Soll schon Kassel, soll schon zwei sind. Eine Karte. Welches Zimmer? Ich will ne Kar haben. Ich will ne Kar haben. Ich höre da jemand. Ich glaube, er ist draußen, oder? Hier ist noch ne Karte. Hm, er hat draußen irgendwo Fallenanbrot. Wo ist noch ne Karte? Oben. Hier oben. Treppe hoch links. Hier ist das Güppelauto, ne? Ganz oben im Norden ist vom Sox und der Viersitzer. Wär es nicht schlauer gewesen, das Radio unten anzumachen, wenn wir gehen? Ja, dachte ich mir auch grad, aber die Musik ist gut. Jo. Haben wir jetzt hier oben alles? Ja, ne? Ja, ich glaub schon. Ja. Wer legt denn hier ne Falle hin, ey? Nee. Wir werden wohl. Er hat sie geworfen. Lol, die Tür war abgeschlossen und ich könnte sie ja veröffnen. Du bist halt krass. Schon krass, ey. Er ist halt ein Schwarzer. Schon krass, ey. Liegt am Körperbau. Er hat plus eins auf einbrechen. Ja, hab ich auch, glaub ich. Ich seh ihn. Ich hab eine Batterie bei mir, aber ich hab ne Axt, die möchte ich nicht hergeben. Ich hab auch ne Knarre. Ich hab noch mit. Uh, ich hab gewonnen, ich zieh die Batterien mit. Ich lass, wir eskretieren Maro zum Auto. Okay, geh doch weg. Nimm doch mit anderen. Hilf Talukat! Talukat! Was? Talukat! Hilf mir! Talukat, hilf mir! Hilf mir! Talukat, hilf mir, bitte hilf mir hilf mir hilf mir, hilf mir hilf mir hilf mir. Talukat, nimm mich mit... Da ist einer. Talukat, nimm mich mit. Hey! Hey stopp, warte, warte, warte. Hey, das ist unfair, das kannst du nicht machen. Oh, 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 oh. Die Dings planscht. Daluke, die Tiefloch ist geplanscht. Daluke, diese planscht weg. Die arme Flock hat schon wieder als erstes erwischt. Daluke, schieb. Dahinten ist der Jason. Nein, nicht komm hier, ich hab dir noch ne Chance. Oh, komm. Ich hab dir auch einmal weggeportet. Kill for Mother, hat sie gesagt. Was, hier ist Tommy Haus? Ja, hier ist Tommy Hauser. Echtes Haus von Tommy? Wohnt er hier? Ich weiß es nicht, Kondran. Kondran on the road. Mit dem hab ich noch ein Hühnchen zu rupfen, müsst ihr wissen. Wenn ihr den seht, sagt bitte Bescheid. Ich muss ihn erst anrufen dafür. Muss ihn lieber hinlassen. Äh, ja, okay. Ne. Ne? Ne. Wenn nichts eingebaut sein, oder? Nein. Die Batterie ist eingebaut. Das war teuer das Händ da. Wie du denn Deppart? Hallo. Ich sorg nur für Arbeitsplätze. Arbeitsplätze. Ich hab eine Pfanne. Ich hab keine Angst. Nimm mir zu viel an dem Ding. Oh echt? Kochst du mir was? Dann können wir starten. Was? Ich hol mir eine schnelle Nahkampfwaffe. Dann können wir abhauen. Achso. Okay. Ich steig ein. Haut rein. Nee, ich kann nicht nur kochen. Los. Rein, rein, rein. Hab gelogen. Hab nix. Shigo hat. Oh, ein Voodoo-Säure hab ich bekommen. Hallo? Start die Shigo. Das passiert einfach nix. Ich muss nur gucken, wohin ich fahr. Achso. Bleibt mich bitte. Es sah so geil aus. Gerade aus. Gerade aus. Dann erste mögliche Links. Oh Gott. Was ist das denn für ein Weg? Es ist vielleicht bei mir unglaublich. Echt? Du kannst hier. Leut. Guten Tag. Es war ein unnügliches Fahrrad. Nein. 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 Oh Gott. Fuck you. Einmal gerettet. Das war nicht nett. Er steht da genau vor der Tür. Das ist auch geil. Ja. Ihr habt mich hier gehauen. Das ist ja super. Da kann ich auch nix für. Du fällst nicht mehr um oder was? Was ist denn da los? Nee. Das muss ja nicht unbedingt. Dich? Nee, warum? Wow. Hey, 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 hey. Wow. Wirklich? Das Ding triggert nicht. Wirklich? Toll. Das wird doch nix. Wirklich? Fahr runter. Zurück, zurück. Mach irgendwas. Wir könnten nicht hängen fest. Wow. Wir hängen in Space. Wow. Wow. Das Video ist super. Dann hau ich jetzt mal ab. Come on. Weil die irgendwo anders sind. Immer mit diesem Messer. Das ist n Scheiß. Bleiben Sie stehen. Oh hier liegt ein Toter. Guck mal. Guck mal. Ich weiß, wer das ist. What the fuck? Ich hab dich safe getroffen. Was war denn das? Richtig sinnvoller Tommy Jarvis hier auf jeden Fall. Ehi. 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 Willst du mich hauen damit? Oh nu? Nein. Überleg uns jetzt doch mal. Ich weiß nicht, ich hab so viel im Gesicht hier. Ich seh nix. Ja, das Auto kannst du kriegen. Du musst noch ein anderes machen. Ja. Ihr könnt doch einfach sterben. Wollt ihr nicht einfach sterben? Was war das denn schon wieder für eine Verarsche? Ja, ich weiß auch nicht. Du hast mich irgendwie nicht getroffen. Wow. Zwei Fallen. Vorsicht. Ja, ich seh das doch alles. Warte noch, er wird jetzt herkommen. Deswegen, ich würd noch nichts machen. Ah, okay. Du musst warten, bis er sich woanders hin portet. Hm. Ich glaube, er hat grad geportet. Dann fahr ich. Du hast dir die Knarre. Er kommt. Guten Tag. Tschüss dich. Ach, da will man einmal ein Environment geben. Ja, ich bin hier auf. Ich kann. Ach, das mache ich nicht. Ich kann. Ich kann. Jetzt komm mal hier. Das ist automatisch. Ich werde gleich mit, es ist ein besserer zu erinnern. Ich kann. Du bist du bist. Ja, ich glaub auch. Nee, 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 nee. Kein Auto. Hat er wenigstens getroffen? Nein. Echt? Ich hatte nicht genug Zeit, das Auto anzumachen nach dem Schuss? Nee, scheinbar nicht. Das ist krass. Ich dachte, das reicht locker. Ich weiß es nicht. Ich konnte mich relativ schnell befreien. Holy shit. Ist das ein totes Körper? Was ist passiert? Oh, hier liegen zwei Le... Oh mein Gott. Was ist passiert? Äh, nee. Ich war bis jetzt am Fliehen. Okay. Das Auto an sich steht auch frei. Okay. Ich hab halt den Rest für das andere Auto, wenn man die Batterie findet. Die stand hier irgendwo in der Nähe. Im Tommy-Haus war die, stimmt. Und... Solange die halt da beschäftigt sind, wird das nichts. Entschuldigung, Jungs. Hast du sie? Ja. Hast du auch einen Schlüssel? Ja. Ich muss doch kurz aufladen. Jetzt wird's nochmal spannend. Die anderen lenken ihn noch gut ab an dem Vierer-Auto. Jo, jo, jo. Ich hab keine Chance mehr frei. Er hat mich schon einmal entkommen lassen. Also beim nächsten Mal wieder mich töten. Einer von den beiden ist tot an dem anderen Auto. Hau du am besten. Ich kann nicht fahren. Ich glaub das ist ne schlechte Ausrede, weil du weißt, dass ich dann sterbe. Hey. Hey. Das ist ein Schwein. Taudau, komm. Du Monster. Danke. Marustruppe. Der Vier-Sitzer ist noch frei. Da vorne ist er. Oh, jetzt weichen. Ja. Nice. Er geht da links. Quer für deinen. Achtung, er ist rechts. Die fahren in falsche Richtung übrigens. Jetzt ist links. Quer für deinen. Möglich? Geradeaus, ja. Geradeaus. Da ist ein Ausgang. Möglich? Ja, nice. Das ist nicht mehr lustig. Ich mag das Spiel trotzdem noch. Hallo, was ist hier los? Hi. Sorry Flocke, mehr als dreimal retten konnte ich dich leider nicht. Nee, nee. Ich weiß. Ich hatte die Maske. Ey, Maru. Hast du die auch gehoben? Weil ich hab gesehen, dass irgendeiner Zeig dich bekommen hat. Genau, genau. Weil ihr das Zeig dich fickt, weil wir ein Thema skipp haben. Mit cooler Musik verlässt Maru die Schlachtel. Ja, guck mal Maru. Maru hast du das trotzdem geschafft, ja? Maru bist du alleine, Maru. Ganz alleine, Maru. Oh, oh shit. Maru, es tut mir leid, aber wegen der Schlüsselaktion bin ich losgefahren. Diese Schlüsselaktion? Ich hätt' ich echt wirklich... Ja, und dann hab ich gesagt, du hast mir auch nur den Schlüssel gegeben, weil ich dann sterbe, wenn er... Und dann hast du gelacht. Das war eigentlich meine Absicht. Du hast... Weil der Fahrer stirbt auf jeden Fall beim Unfall. Leute, bei mir war auch die Telefonanimation verpackt. Also bevor ich sie auch den Bug, habt's einfach auf E draufbleiben. Ja, schön ausgewichen. Ausdauer auf den Crackern laden. Hm. Die Polizei ist nicht wieder. Oh mein Gott. Schade. Oder auch nicht. Ja, da kann ich... Ich wollte die Polizei. Eine andere Richtung. Oh, schade. Mist. Ja, da kannst du noch was forschen. Das ist echt schade. Sie wird keinen Ausdauer mehr haben. Kampf der Giganten. Ja. Ja. Einer kann nicht mehr schiften, sie kann nicht mehr sprinten. Kampf der Gea. Das ist groß. Was ist geschweig? Ja. Da ist ein Baumstumpf. Na mal. Da wäre doch ein Baumstumpf gewesen. Flieg, mein Engel! Damit ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst gerne ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.